Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ralf und ich sind heute das erste Mal mit unseren E-Bikern oder mit unseren E-Bikes unterwegs. Erst richtige Tour, ordentlichen Anstieg hier hoch und sind jetzt im Trailpark Kassel oder Trailpark Habichs, wie man das Ding auch immer hier bezeichnen möchte und kommen erst mal wieder so ein bisschen Übung, lernen unsere Bikes kennen. Ich muss sagen, macht richtig Schlaune, geht gut hoch und guckt euch einfach an und viel Spaß beim Anschauen. So, erste Trailerfahrt mit dem Fahrrad. Der Trail geht wie immer hier oben relativ flachlos, was ganz gut, dass man ein bisschen Antrieb hat, aber wird ja danach dann etwas steiler. Komplett erstmal ungewohnt, Fahrrad hat eine andere Länge, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ging aber danach dann immer besser und besser. Also macht schon echt Laune damit. Dann kommenп bis jetzt Das war's. Uiui. Geil. Boah, ist das Fies. Und jetzt Feuer. Puh. 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 so nehmen wir mal die nächste strecke im angriff so nehmen wir mal die strecke im angriffen Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, wir probieren jetzt mal einen neuen Trail aus. Schauen wir uns den mal an. So, wir probieren jetzt mal einen neuen Trail aus. So, wir probieren jetzt mal einen neuen Trail aus. So, wir probieren jetzt mal. 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 So, jetzt fahren wir den Verbindungsweg Richtung Herkules. So, wir probieren jetzt mal. 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 So, da wollen wir mal gucken, ob der Lottmann frei ist. Wir sind jetzt Verbindungsweger vom hohen Gras. So, wir sind jetzt am Silbersee vorbei. Ei 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 ei. Ja, ich bleib da dran hängen, das weiß ich jetzt schon. das können wir machen Wow. Oh Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt die MT5 drauf und Magura bin ich gewohnt, macht mir Spaß. Funktioniert sehr gut, ich habe ein gutes Gefühl dafür. Und ich muss sagen, der erste Dach mit dem Bike, super, hat echt Spaß gemacht. Also ihr wisst, hat euch das Video gefallen, Daumen nach oben und ich freue mich auch gerne über einen Kommentar. Also macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, ciao.